Durch Suche Truhen oder Munitionskisten bei Brutal Bastion oder Frenzy Filz, also insgesamt müsst ihr 10 Truhen oder Kisten öffnen. Ich blende euch hier mal eine Karte ein mit den ganzen Munitionskisten und Truhen, die ihr hier bei Brutal Bastion finden könnt. Also Brutal Bastion wäre auf der Karte genau hier. Frenzy Filz befindet sich hier. Ich zeige euch jetzt mal schnell in Schnelldurchlauf, wo ihr überall Kisten finden könnt. Ich würde euch empfehlen, die Aufgabe in Gruppenkeile zu machen, denn da spawnen die ganzen Kisten. Ich würde euch empfehlen, hier bei Brutal Bastion die Aufgabe zu erledigen, denn da habt ihr eindeutig sowohl mehr Munitionskisten als auch Truhen. Sobald ihr da 10 Kisten geöffnet habt, habt ihr die Aufgabe auch schon erledigt. Ich blende euch hier noch eine Karte ein mit den ganzen Munitionskisten und Truhen, die ihr in Frenzy Filz finden könnt.